hey Leute heute möchte ich euch die blizzard Mounts zeigen und dann noch den Kaiser Queeren um ja als erstes zeige ich euch den Kaiser Queeren um Jo bisschen Licht sieht cool aus das beste Mount das Blizzard mit Geld verkauft finde ich also dass man mit Geld bekommen kann Jo als zweites ansatte Blutschwinge ja sieht ein bisschen speziell aus um das Himmels Ross das Maul zum Beispiel kann man kann man sehen sie doch ein bisschen komisch aus ja sieht komisch aus wenn nicht dann das vierte Maul ist ähm der schnelle Wind Ross das auf einer Wolke reitet beziehungsweise fliegt ähm dann n er ist der Aspekte sehr auffallend ja nichts für mich h h ja naja ja immer hat vielleicht gemerkt das ist m das ist die Maulze ein bisschen kritisieren um aber ich habe sie eigentlich hauptsächlich nur geholt ähm ähm für meine äh Mountsammlung ja hab bis ja 67 Mounts hauptsächlich von den Fraktionen der Horde ähm ja ne ähm ich hoffe das Video hat euch gefallen ähm abonniert mich und bewertet das Video und kommentiert es das ist